Herzlich willkommen zurück, Freunde der gepflegten Lego-Unterhaltung. Tütchen 10, Tobias und ich haben angefangen Dachboden zu bauen. Und jetzt geht's an den Ausbau. Ja, bauen wir mal aus. Jo, jetzt geht's ab. Oh je. Da kommt tatsächlich ein Bett hin. Geil hoch. Wo man sieht's. Das finde ich gut. Kleine, kleine, kleine. Sogar ein großes Bett. Ein Ehebett, oder? Wollen wir noch verheiratet sind, das kannst du dir ja selbst überlegen. Hm, wahrscheinlich. Dazu sagt Lego ja nix, oder? Ne, das sagt Lego gar nix so. Ne, das sagt Lego gar nix so. Du wirst ja auch seine Spielersuchtfreiheit bewahren, oder? Ja, eben. Und während du da baust, lese ich mal Hochmittelalter vor. Ja, danke. Ich bin so schon hier drin. Das Hochmittelalter war die blüte Zeit des Rittertoms, des Lebenswesen und des Minesangs. Die Bevölkerung begann zu wachsen. Begünstigt durch landschaftliche Vorschriften, Handel und Gewerbe nahm zu. Und zahlreiche Städte prosperierten. Es kam zu einer neuen kulturellen und wissenschaftlichen Entfaltung. Wobei Bildung nun nicht länger ausschließlich den Klerus vorbehalten war. Allerdings verlief die Entwicklung in den einzelnen Reichen recht unterschiedlich. Das Hochmittelalter war eine Epoche der Auseinandersetzung zwischen weltlicher und geistlicher Universalgewalt. Dieser brach im römisch-deutschen Reich in der Regierungsreich Heinrich IV. aus und konnte zwar durch Heinrich V. 1922 beigelegt werden. Der universelle Geltungsanspruch von Kaiser und Papst führte aber in der Folgezeit bis ins 14. Jahrhundert zu Konflikten. Das römisch-deutsche Reich verlor seine hegemoniale Stellung. Diese Machtstellung war während der Herrschaft der Salier durch den Investiturstreit und Konflikte zwischen Königtum und den Großen erschüttert worden. Den Staufern gelang es im 12. bis 13. Jahrhundert nicht den Verlust der Königsmacht im Reich zu verhindern. Stattdessen gewannen die Landesherren an Einfluss. Die aktive Italienpolitik der römisch-deutschen Könige band zudem starke Kräfte im Reichsitalien. Friedrich I. versuchte unter Wahrung kaiserliche Rechte und Ansprüche die Herrschaftsgewalt im Reichsitalien zu stärken, konnte aber den Widerstand des lombaren Bundes nie völlig brechen und krieg zudem im Konflikt mit Papst. Alexander III. Heinrich IV. gelang in die Gewinnung des Königsreichs Sizilien des Heinrichs von Friedrich II. zu seinem Herrschaftsmittelpunkt machte. Friedrich II. war gebildet und gilt als einer der bedeutendsten mitteiligen Kaiser, doch geriet er in Konflikt mit dem Papst zu. Nach seinem Tod 1250 brach die Machtstellung des stadtwischen Hauses im Reich faktisch zusammen. Boom. Boom. Sehr interessant. Das ist doch Wahnsinn hier. Allein gerade im Kernkonflikt liegt hier. Krass. Habe ich an die Mühe gelegt. graben, ganz gut. Das ist auch ein Stein, den kenn ich noch nicht. Ähm, ja doch, den hatten wir bei den Turmen sehr oft den schwarz. Echt? Ja sehr oft den schwarz. Das sind ja die alten Folgen mal, gucken wir wieder. Ja, kann doch mal interessant sein. Ja, sicher. Ja, das ist doch schön. Spächert. Sehr farbenfroh ins Bett, muss ich sagen. Das stimmt. Komm. Tollad. Grr. Wie ist das Grr? Nein. Warum? Grr gibt's nicht. Was ist sowas für ein Grr? Ach, komm schon. Ein Fehler versorgt die ganze Zeit hier. Da musst du noch Fliesen machen. Ja, das ist doch noch ein Minütchen. Deckenfliesen. Da. Irgend so. Ja, ich hab den gehört. Ja, ich hab den gehört. So. 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 Abomuster machen. Er ist grün, dann türkis und dann wieder grün. So. 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 Das ist doch selber cool, aber ist ja egal. Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Mach doch einfach noch frei dünn können. Ja und nachher brauchen wir ihn und dann ist das Geschrei wieder wohl. Stimmt. So, jetzt kommst du nie wieder dran. Seltsam, aber es ist so. Die anderen sind auch... Die sollen ja auch sein. Guck mal, in der Mitte sind hell. Die außen sind hell, die in der Mitte sind dunkel. Nein! Doch. Ach so, meinst du das? Dann ist der hier falsch. Ja, rette ich. Muss auch Kokain. So. Dann mach ich jetzt erst die Türkisen, die noch gleich. Ach so, meinst du das? Dann ist der ja doch Frikade. Der eine muss... Scheiße. Ähm... Und der muss... Ja, der hat dann wohl den draus. So, da kommt jetzt ein dunkler rein, nicht? Da kommt ein dunkler rein, ja genau. So, dann hast du zwei dunkler. Zwei dunkler, genau. Ja, der andere Seite ist wie hell. So ist es. Und der muss aber auch ein Adlauge haben. Ich hab keinen Adlauge. Hm. So, da kommen dann zwei rein. Da hab ich dich schon vorbereitet. Ach so, ja bitte. Da hab ich ja nicht vorliegen. Hallo. Da sind wir ja nur geklaut. Wolltest du noch mitmachen, ja? Ja, ich wollte noch mitmachen. Ich dachte, ich baue das Bett jetzt zusammen. Natürlich nicht. Hallo. Guck mal wie schön das aussieht. Gar nicht so unmodern. Ja, das stimmt. Ja, bitte. Ja, du hast geguckt. Ja, bitte. Oh, ich dachte gerade schon das wäre eine Frisur, aber... So ergibt's natürlich mehr Sinn. Ja, das ist auch ein... Was für eine kleine Frisur? Hast du mal einen? Weiß ich nicht. Ja, ein Baustritt, genau. Du darfst es dann festmachen. Wahrscheinlich ist das mein Baustritt. Ja, sicher. Ja, du darfst es festmachen. Wie setzt du das denn hin? Da? Oder einen der jetzt da hingefragt, oder? Das ist ziemlich gemütig. So, ich mach's mal fest. Ziemlich gemütig, ja. Sieht mittig aus. Sieht mittig aus. Ja, so ein bisschen. Ich dachte, das kommt längs. Genau. Ich dachte auch, das kommt vor dem Bärenfell. Ja, vor allem mit dem Fenster. Ja, das stört ein bisschen. Fenster unter dem Bett. Ja, wobei, dann hättest du das ganze Kopfteig vom Bett am Fenster. So geht's noch. Hm. Ich denke, das ist klar. Ich bin mir immer geweckt, wenn's regnet. Ich bin mir immer geweckt. Wenn da unten steht was Öl. Öl schmiert. Das hab ich. So. Ich hab sowieso viel. Ja, ist halt so, ne? Das halte ich nicht aus. Kann man nix machen. Kann ich nix machen, das stimmt. Oh nein. Doch. Sehr kleinschrittig ab und zu, ne? Ja, das ist meiner Meinung nach. Ja, das ist meiner Meinung nach. Das werden schon bei 160 Seiten jetzt. Ja. Ja. Äh, da. Der Bogen da drum. Zwei, eine noch. Und dann kommen dann hier noch so diese Klappen rein Ah, es bleibt irgendwo in der Kitsch Ja, hört es sich an, ne? Oder du bist nur an die Kiste gekommen Ja, hört es sich an Ja, das ist der Außenrahmen Ich weiß nur, da steht der über, ne? Ne, bündig Dann würde ich es so machen Oder so, das ist jetzt die Frage Ach so, der kehrt es weiter hier So Geht man sehen Fertig? Ja, ja, ja Immer dieser Stress Ja Zwölf Steine die Sekunde, ja? Was ist die Vorgabe? Die Sekunde? Ja, dann bin ich hier raus Ein Steine in zwölf Sekunden, das gehe ich hin Aber zwölf in einer War jetzt auch noch Spaß Kannst du hier nachher mal ausreiten Kannst du hier nachher mal ausreiten Hä? Ach so, der ist nur ein Vierer Ach so, der ist nur ein Vierer Das ist nur ein Vierer Und dann kann ich hier Ja, richtig andersrum Damit ich Böhm 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 Stimmt das dann? Das ist nicht auf einer Höhe Da hast du euch. Warum nicht? Da muss aber auch auf einer höher. Ah ja, ich glaube. Doch, ja, da kommt diese Finger runter, ja. Ja, IC. Wollte ich was zu sagen. Ja, ja, ist ja gut. Kann passieren. Ja, kann passieren. Wissen wir bloß, wir alle Fehler an meine Schuhe schieben. Ja, von der ist auch die Liste. Ja, ist mir schon klar. Das wird teuer. Genau. Der Ende wird zum Schluss. Das war so klar, dass ich hier die Frage nehme. Als ich es gebaut habe, habe ich es schon im Urin. Was genau? Ach, da kommen drei ja nicht viel mehr drauf. Wenn das ein stabiles... Hallo. Ja, du kannst es so in der Hand nehmen. Keine Artenbotsätze, die schön aussehen. Ja, aber hä? Ja, ist ja gut. Ja, was soll das bringen? Es ist Dekoration, was soll es bringen? Was bringt Legos? Das ist eine Frage, also bitte. Ja, soll das bringen? Was soll das bringen? Ich glaube es nicht. Noch mal Fragen? Fragen darfst du schon, ja. Aber erwarte keine Antwort. Ah, ja. Ja, siehst du das auch? Ja, ich sehe es. Ich kriege das dann sogar an. Das ist die nächste Frage. Und das ist auch richtig Roman, ne? Die weiße. Ja, ja. Die geht ja... Ach so. Ja. Ja, ich sehe schon, was da sagen wird. Das hätten wir übrigens auch schon mal bei einem Dach. Ja, ja, ja. Ich habe es schon. Ich weiß schon, was du sagst. So. Ja, hier vom Wegen, ne? Ich habe das schon fest. Ja, war doch so fest. Reingelegt hast du es, aber nicht festgemacht. Es war fest. Jetzt ist es fest. So wie du den Thema. Mann, 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 Mann. Ja. Guck mal. Schönen Ärger. Wo ist er jetzt her? Man weiß es nicht. Ach, du gute Güter. Eine Tüte nur mit diesem Pinot. Ja. Ja, nichts vorspoilern. Nö. Hier ist auch mal so ein Haarteil. Ja. 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 Der Dachstuhl wählt jetzt langsam. Ja, gut aus. In dem Sinne. Bis zur Mittentüte. Ciao.